315 Millionen Euro. So viel gibt Deutschland angeblich von Steuergeldern für Radwege und Busse in Peru aus. Das ist das, was offensichtlich die Regierung unter Entwicklungshilfe versteht. Und wer als Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz für das entsprechende Ministerium, kein geringerer als Dr. Robert Habeck. Was dahinter steckt und wie viele Millionen tatsächlich aus Deutschland in die unterschiedlichsten verrückten Projekte versenkt werden, muss man fast schon sagen. Das werden wir uns detailliert einmal näher beleuchten. Und macht euch auf etwas gefasst, es ist wirklich zum mit den Ohren schlackern, was hier passiert mit unserem Geld. Willkommen bei Politik Fokus, deinem Kanal rund um das politische Geschehen hier in Deutschland. Deine Meinung zählt. Täglich gibt es hier neue Videos. Schreib am besten jetzt schon in die Kommentare, was du von dieser krassen Mitteilung hältst, was hier mit den Steuergeldern der deutschen Steuerzahler passiert. Wichtig ist dabei, du darfst offen und ehrlich sein, denn nur so ist ein vernünftiger Austausch miteinander möglich. Aber bitte beleidige niemanden, das ist natürlich auch hier gang und gäbe. Wir wollen eine offene und ehrliche Diskussion auf dem Kanal haben. Aber jetzt schauen wir uns erstmal ein bisschen näher an, was es mit diesen angeblichen Steuergeldern, die in Peru für Radwege versenkt wurden, auf sich hat. Und bei der Gelegenheit kannst du gleich noch schnell einen Like da lassen und diesen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, um immer auf dem Laufenden zu sein, rund um das politische Geschehen hier bei uns. Also die krasse Eilmeldung ist, 315 Millionen Euro soll angeblich Deutschland für Radwege und Busse in Peru als Entwicklungshilfe ausgeben. Und da fragt man sich natürlich, was machen wir denn mit den Radwegen in Deutschland und dem Radwegenetz in Deutschland? Wenn wir in diese Radwege 315 Millionen Euro packen würden, wäre das vielleicht auch eine ganz gute Idee. Ende 2023 gab es hier einen Fahrradklimatest, rückwirkend für 2022 vom ADFC. Und da werden die Gesamtdurchschnittswerte bei 4,3 Schulnote liegen in Sachsen-Anhalt als Beispiel. Und damals haben die Grünen für diese Bundesländer den zügigen Ausbau von Radwegen entlang von Landes- und Bundesstraßen und die Förderung von Radinfrastrukturprojekten und Kommunen durch das Land gefordert. Und was ist tatsächlich passiert? Wir bauen Radwege in Peru. Die Tagesschau selbst schreibt hier, mit dem Geld für die Radwege in Peru hätte die Ampelregierung die Bauern und Bäuerinnen befriedigen können. Das schreibt der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger auf der Plattform X, ehemals Twitter. Und auch der CSU-Generalsekretär Martin Hubert hat gesagt, die Ampel vertellt Geld in aller Welt, aber für unsere hart arbeitenden Bäuerinnen und Bauern ist angeblich kein Geld da. Und diese Geschichte ist nicht das einzige Projekt. Es gibt hier zum Beispiel grüne Kühlschränke in Kolumbien, wo viel Geld rein versenkt wird. Und ich habe es geschafft, habe ein geheimes Dokument vom Ministerium gefunden und zugespielt bekommen. Und das gucken wir uns mal an, wie viel Geld für welche krass verrückten Projekte hier an Steuergeldern versenkt werden. Aber vorher mal ein bisschen Recherche. Was ist denn mit dieser Zahl 315 Millionen Euro Aufsicht hat? Denn die stimmt nicht ganz. Letztendlich ist das nicht alles das, was von unserem Geld dort reinfließt. Denn, so schreibt der Alexander Richelmann, top aktuell aus der Funke Mediengruppe, das ist nicht genau das, was tatsächlich passiert. Die KfW-Bank schafft hier ein kleines bisschen mehr Klarheit. Diese öffentliche Bank, die zu 80 Prozent im Besitz des Bundes und zu 20 Prozent im Besitz der Bundesländer ist, erklärt, dass die KfW schon zwei Förderkredite über insgesamt 40 Millionen Euro für nachhaltige Verkehrskonzepte in Peru ausgegeben hat. Aber, und das ist das Wichtige, es sind hier Kredite. Das heißt, das Geld muss irgendwann vielleicht mal zurückgezahlt werden, aber bestimmt nicht in den nächsten zwei Monaten. Im vergangenen Jahr hat die KfW im Auftrag des Entwicklungshilfeministeriums einen neuen Entwicklungskredit über 40 Millionen Euro zugesagt und plant für 2024 die Zusage eines weiteren Entwicklungsgeräts in gleicher Höhe, heißt es auf Seite der Bank. Das heißt, in diesem Jahr, das hat gerade erst begonnen, ist nochmal ein kleiner finanzieller Zuschuss von 40 Millionen Euro zugesagt worden. Ja, da könnte man sehr viele Radwege in Deutschland mit sanieren und vielleicht auch noch ganz andere Projekte damit unterstützen. Aber wie gesagt, das sind Kredite, aber es gibt auch einen Zuschuss und der ist sogar schon 2021 in Auftrag gegeben. Und das bedeutet, dass die KfW im Auftrag des BMZ einen Zuschuss von über 20 Millionen Euro an die Stadt Lima zum weiteren Aufbau des Fahrradwegenetzes zugesagt hat. Und das muss nicht zurückgezahlt werden. Also es sind viele, viele Millionen, die hier auch bei vernünftiger Recherche weiterhin einfach versenkt werden. Und das ist nicht das einzige Projekt. Denn es ist möglich, eine Anfrage beim BMWK, also beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zu stellen, um herauszufinden, in welches Land denn für welche Projekte wie viel Geld fließt. Und ihr seht hier schon das Volumen in Euro und da ist also nichts unter einer Million, bis auf vielleicht hier den urbanen Resilienzaufbau und Umwelt für die innovative Stadtplanung mit naturbasierten Lösungen und Klimarisikomodellen in Thailand. Das sind nur 407.000 Euro, die die Bundesregierung dorthin schiebt. Aber es wird noch viel, viel spannender. Zum Beispiel hier im Rahmen des Nationally Appropriate Mitigation Actions Konzepts die Fazilität Haushaltskühlungssektor. Grüne Kühlschränke für Haushalte gehen nach Kolumbien und zwar im Wert von 4,6 Millionen Euro. Also wirklich unglaublich, wenn man sich das anschaut. Warum gehen grüne Kühlschränke für die Haushalte nach Kolumbien und werden mit 4,6 Millionen Euro gefördert? Aber das ist noch nicht alles. Also hier 1,7 Millionen Euro für die erneuerbaren Energien, für den Eigenverbrauch. In Chile sind da schon ganz, ganz wenig Geld. In der Mongolei auch super wichtig, eine Energiespar-Contracting für die Sanierung von Wohngebäuden in Ulaanbaatar. Ja, muss man auf jeden Fall 6,1 Millionen Euro reinschieben, damit noch ein bisschen was übrig ist, um das Programm Klimapolitik in Brasilien weiter voranzutreiben mit 11,2 Millionen Euro. Und so kann man weiter durch dieses Projekt hier und durch diese Liste durchgehen. In der Ukraine sollen die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der europäischen Richtlinie über Industrieemissionen und zur Förderung der Anwendung von besten verfügbaren Techniken in der Industrie unterstützt werden. Mit 10 Millionen Euro und das mitten im Kriegsgebiet. Und dann gehen hier nochmal schlappe 14,9 Millionen Euro nach Vietnam, um naturbasierte Lösungen für die Anpassung in der Landwirtschaft durch Transformation des Privatsektors als Programm aufzubauen. Und da fällt mir doch gerade ein, hatten wir nicht gerade eine kleine Bauerndemo hier bei uns im Land? Eine ganze Woche lang war nichts mehr möglich, weil die Landwirtinnen und Landwirte auf die Straße gegangen sind, um für ihre Zukunft einzustehen, weil ihre Subventionen gekürzt werden sollen. Und im Gegenzug werden in Vietnam naturbasierte Lösungen in der Landwirtschaft mit fast 15 Millionen Euro unterstützt. Vielleicht hätte man das Geld etwas anders und vielleicht etwas feinfühliger an den Mann oder an die Frau bringen können. Und das sind alles, wie ihr hier sehen könnt, Projekte, die eben durch das BMWK, das Ministerium von Robert Habeck, initiiert und gefördert werden. Ich habe nicht ausgerechnet, wie viel das insgesamt ist, denn diese Schmerzen wollte ich euch am Ende dieses Videos ersparen. Apropos Schmerzen, Habeck wird sich sicherlich auch nicht darüber freuen, dass seine Partei erneut 0,5 Prozent verloren hat in der aktuellen Wahlumfrage. Wenn also am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann kämen die Grünen nicht besonders gut weg im Vergleich zu den letzten Malen, haben wie gesagt verloren. Unangefochtener Sieger wäre die CDU-CSU, dicht gefolgt von der AfD und das würde auch die optimalste, wenn man es von der Sitzverteilung angeht, mögliche Regierungskoalition bieten. Eine CDU-CSU-Koalition mit der AfD hätten 62,7 Prozent aller Sitze und wären dadurch extrem gut regierungsfähig. Die nächstmögliche Koalition wären erst die SPD und die CDU-CSU gemeinsam mit 53 Prozent, da hätten sie schwer unterschiedlichste Gesetze, die sie auf den Weg bringen wollen. So wären sie sich überhaupt inhaltlich einig werden, auf den Weg hier zu bringen. Also eine ganz spannende Entwicklung und vergesst nicht, dieses Video zu teilen mit allen anderen, den ihr mal zeigen wollt, wohin eure Steuergelder tatsächlich gehen, zum Beispiel für die Entwicklung von Radwegen in Peru. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du immer auf dem Laufenden bleibst, wenn es hier neue spannende Enthüllungen aus der politischen Welt in Deutschland und darüber hinaus gibt. Deine Meinung zählt, schreib deine Meinung gerne in die Kommentare zu diesem Video und zu allen anderen, die du hier findest. Und wenn du selber Informationen hast, neue Entwicklungen, Videos, Bilder, Nachrichten, dann schick sie per E-Mail an politikfokus.deutschland.ms politikfokus.deutschland.ms Und vielleicht siehst du schon bald selbst dann dein Video und deine News hier auf dem Kanal. Vergiss auch auf keinen Fall auf das Video drauf zu klicken, was ich hier nochmal verlinkt habe. Weitere brisante Fakten, die so dir kaum jemand in dieser Deutlichkeit mitteilen und darstellen wird. Es lohnt sich auf jeden Fall drauf zu klicken. Wir sehen uns gleich im nächsten Video und bis dahin sage ich Tschö mit Ö. Wir sehen uns gleich im nächsten Video und bis dahin sage ich Tschö mit Ö.